Ich wollte lieber noch mal hinten rum spielen, Trash, ach Gott, ich wollte nur nach vorne, wie nach unten. Ach Gott, Trash, da kannst du doch noch denken, der zu dem hinschwirft. Ja, Bordstuber, abschirmen, abschirmen, abschirmen. Ja, da läuft er vorbei, weißt du, statt dass ihm den Ball abnimmt. So, Dante, sehr schöne Kretsche, aber zum Gegner wieder. Oh Mann, Zuckitzsch und, ja, natürlich. Wenn wir vier gegen drei Situationen haben, wird abgepfiffen, so gehört sich das. 9 zu 6 Schüsse, na gut. Ganz unverdient ist es nicht. Nee. Nein, gut. So. Zweite Halbzeit, muss jetzt hier, zwei, müssen jetzt zwei Tore her. 10 Pässe. Ja, und da kann er sich auch nichts für kaufen. Wahrscheinlich hat zwei gespielt. Ja, Schatz, ja. Na, Diego. Nein, ne, Güte. Was ist da los? Na, Dante. Gut, und Diego verliert ihn wieder. Nein, und der ist drin. Nein, der ist nicht drin. Adler hat ihn. Adler hat ihn nicht. Adler hat ihn. Okay, gut. Nein, der war im Posten. Ja, er ist, ja, habe ich meinen Nachschuss, also im Nachhinein. Der Post war aber einfach nur genial. Ja, und er war trotzdem im Posten, ob es sei, er ist nicht drin. Aha. So. Komm. Nein, nicht passen, nicht passen, ich wollte nicht passen. Adler hat ihn, Adler hat ihn nicht. Ja, er hat ihn drüber. Er hat ihn drüber. Ah. Er hat ihn drüber. Gut, 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 gut. So, Gustavo. Mit dem Pass auf Diego, der, dem Pass auf Mann, Zuckitz. Scheiße, ich dachte, ich wusste, ich habe nicht erwartet, dass du grätschst. Hätte ich noch weiter aufs Tor laufen können. Ohne Scheiße. Habe ich gleich geschossen, bevor du den Roll abgenommen hättest. Ja, Gott. So, Bordstuber. Müller. Müller. Müller sitzt sich da rechts durch. Wieder Müller, immer noch Müller. Müller in der Mitte. Ja, wartet der Verteidiger. Ja. Sehr schöner Ball. Trash. Ja, der geht nicht zum Wald. Der geht nicht zum Wald. Ich kann da lenken, was ich will. Also, ganz ehrlich, ich weiß nicht, warum FIFA das nicht ändert. Warum EA das nicht ändert, meine ich. Ja, und man kommt auch, finde ich, die Abwehrspieler so schlecht umschalten. So, Mann, Zuckitz jetzt. Mein Gott. Und dem will er, der will ihn nicht aufs Lange Tor, äh, aufs Lange Tor, aufs Lange Eck schießen. Will er nicht. Der sträubt sich ihm wieder gegen. Trash, ja, oder so. Sehr schöner Vollrück hier zum Gegner. Ja, warum nimmt der andere den nicht an? Er sieht doch, sein Abseits steht davon. Mein Gott, FIFA. Ja. So. Komm, abfangen. Und Mann, Zuckitz ist da. Mann, Zuckitz hat Freibahn zum Tor. Ich schieße lieber jetzt schon mal. Oh mein Gott. Den hat er auch. Könnte er mal einen da nicht halten. So, Diego bei der Ecke. Mein Gott. Ah. Nein. War der so gewollt, oder war das? Nein, der war nicht so gewollt. Ah, da rennt Batsch der Wagen wieder vor die Flinte, hätte ich zweimal gesagt. Aber, aber, er schossen hat er ihn ja nicht. Angeschossen er. Ah, Gott, sollen wir jetzt einfach schauen, dass wir nicht das 2-0 bekommen. Ja. Was habe ich gerade gesagt? Nein, ich habe ihn zu früh rausgeholt. Ich habe ihn zu früh rausgeholt. Ich habe ihn zu früh rausgeholt. Scheiße. 67. Ei, 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 ei. Mehr zwei Tore sind möglich, aber. Es hat so schön angefangen, das erste Spiel. Ja, angefangen. Hm. Trätschler. Ah, Mann, Zuck. Nein, noch nicht schießen. Noch nicht passen, noch nicht schießen. Ach, Gott. Ja, man drückt da, was und dann machen die Spieler auch noch. Ja. So, Mannzukic, warum steht Mannzukic nicht in der Mitte? Wer ist denn da in der Mitte? Der Draxler. Trätsch. Auf Müller. Der mit der Flanke nach innen da ist jetzt. Diego. Was macht Diego denn da drin? Sollte Mannzukic stehen? Den dann, der Kopf nehmen, aber, das ist Band da. Aber, ja, dann fallen die Gegner jetzt dann. So, Schmelz. So, Alter, hat es den gestreckt. So, nein, nein, dann kriegt er den. Nein. Nein, da rennen sie beide vom Ball weg. Alter. Diego, der schießt. Ah, der steht in der Abseits. Ah, gib ihm Ruhe nach Gott. Eikopial. Du kannst das Spiel ruhig abbrechen. Nee. Das macht nichts, macht nichts. Ja, Mannzukic, na je. So, und wieder dieser scheiß Band. Naja, wenigstens noch getunnelt hier mit einem Spieler. Nein, nun Elia kommt auch nicht vorbei. Ich brauche ein Ribéry und einen Robben. Nicht Elia. Ah, ja, wenigstens kriegt er den nicht. Abstoß. Nee, einfach. Ach, kacke. Ah. Entschuldigung. War falsch. Naja, du wolltest von da aus schon schießen. Das war bei den Afra, wenn, dann schieß ich mit Pajet von da. So, Diego, der sieht so, ja, der... Scheiß ich all, was der sieht. Warte, Morgana. Müller, nein, da an die Latte auch noch. Oh, Matsukic, das gibt's doch nicht. Wie macht er denn? Wie... Matsukic! Ja, nein, also, komm! Ja, super! Mitleid! Mitleid, ja. Mitleid, das war... Mit Blut und Scheiß herausgespielt das Tor. Aufseits, komm, jetzt, hier, schnell. Mach! Ja! Einschöner 86. Nein, noch nicht so weit! Ei, 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 jetzt hinten verteidigen und spiel dem Abseits. Komm, komm, komm! Ah, dann, dann, dann schlaf nicht, mach schneller! Junge! Junge! So, Elia. Schön auf Diego. Ah, Gott, und da kommt Gustavo nicht ran. Und jetzt läuft der Gegenzug schon wieder. Über... Mollo! Mollo! Wat ein Prollo! Und Adlerheld! So, Müller! Müller! Ah, raus auf Trash! Trash! Und noch Trash! Da wieder auf Müller! Müller! Ah, und dann rennen sie immer zweit in den Strafraumrennen! Gustavo! Ah, daneben! Ei, ei, ei! Wett ich fast wieder passen! Komm, nur mal pass! Es hat jetzt keinen gestört! Sonst ist keine von meinen Spieler, leckt mich am Arsch sehr schnell! Und er hat ein Sweat! Und dann auch ein Sweats, Alter! Für dass der Sieg aberkannt wird! Also, ich bin... Sieger! Der Partie... Max wurde wegen Sweatings ausgeschlossen! Und der Sieg aberkannt! Ja! So! Also, ich bin Gewinner! Ja, gut! Passt! 3 zu 1 für mich! Sehr schön! Spiel wieder dein Torwartspiel des Tages! Echt! Ja, gut! So, ja! Das war's dann für's zweite Spiel! Ähm... Wann wieder FIFA Ultimate Team kommen wird, weiß ich nicht, wann das... Schauen wir mal! Ja, wir werden sehen! Also, sagt Tschüss! Tschüss! Und wir sind raus! Bis bald!